Hallo und herzlich willkommen hier im Autorladen Dresden. Mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute diesen Seat Ibiza 1.0 TSI in der Excellence Ausstattung vor. Das Fahrzeug kommt aus dem Jahre 2020. 65.500 Kilometer stehen hier ungefähr auf der Uhr und das Fahrzeug kommt in der Farbe Nevada Weiß. Vordergründig geht es im Video wie immer um den Zustand des Fahrzeugs, weniger um die Ausstattung. Wir gehen eine Runde drumherum ans Fahrzeug, schauen uns alles gemeinsam an und können hier vorne anfangen beim schönen LED Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht. Wir haben Kurven- und Abbiegelicht und Nebelleuchten, PDCs an der Front, einen Front Assist. Wir haben Tempomat, getönte Scheiben am Heck. Im Fahrzeug geht es weiter mit dieser schönen Glanz-Alu-Optik. Hier haben wir Dekor-Leder, schönes Modi-Funktions-Sportlenkrad, Virtual Cockpit. Wir haben das große Infotainment-System, USB-Anschlüsse. Wir haben Navi mit Kartendarstellung, Apple und Android CarPlay, Bluetooth-Audio, Sport-Komfort-Sitze in einem wirklich schönen Zustand. Das ganze Fahrzeug in einem recht schönen Zustand. Alles sehr schön, ordentlich erhalten und gepflegt im Fahrzeug. Klar, kleinere Mängel kann das Fahrzeug aufweisen. Ist auch immerhin kein Neuwagen, sondern ein Gebrauchtwagen. Wir haben LED-Rückfahrscheinwerfer, Duplex-Sport-Abgasanlage, einen kleinen, aber feinen Kofferraum, der, wie ich finde, schon ordentlich was hermacht. Hier unten habt ihr noch eine kleine zusätzliche Lademulde. Also wirklich doch schon eine größere Überraschung, als man denkt. Dazu haben wir diese schöne 18 Zoll Seat-Felge. Finde ich persönlich sehr schön. Auch hier noch auf der rechten Seite, Bordstein-Seite, schauen wir uns mal an. Sehen sie auch noch sehr schön aus. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu dem Kollegen hier wissen wollt, dann klickt ihr einfach auf den Link unterhalb von dem Video. Da kommt ihr auf unsere Händler-Homepage. Da könnt ihr euch alles ganz genau durchlesen, was der Kollege hier so kann. Oder ihr kommt einfach vorbei von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr. Oder samstags von 10 bis 18 Uhr. Macht euch dafür am besten einen Termin, damit wir einen Verkäufer für euch bereit haben, der euch all eure Fragen zum Fahrzeug erklärt und beantwortet. Ihr könnt bei uns finanzieren und 0% anzahlen. Euren Gebrauchten nehmen wir natürlich auch in Zahlung. Und natürlich gibt es auch hier wieder optional die Gebrauchtwagen-Garantie dazu. Wenn das interessant für euch klingt, dann kommt gerne hier vorbei im Autoladen Dresden auf der Hauptstraße 96. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, wir sehen uns bald hier. Bis dahin. Ciao.